eine nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen sag bloß im fluss ertränkt na so nicht der witcher hast die bücher nicht gelesen natürlich habe ich die bücher nicht gelesen da brauche ich doch wieder diese dieses dings hier was warte mal ganz kurz mal langsam gedanken was magische falle ja lass doch mal drin bleiben ja auch mal entspannen ich dachte hier mache ich nochmal schnell chillig ja 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 Oha! Oha! Ja okay, sorry, ey. Schutzfolge? So, schau mal, so Meister, schau mal Reporter weiter. Hoppa. Bin aber noch im Lurki, alles klar, mach das. Ja, Schutzfolge in den Geist. Na gut. Ich hab nicht gespeichert, ne? Ja, supi. Toll. Ne, das... Stufe 10, ich bin 13 und das war so schwer. Nimm die Schädel an dich. Okay, das könnten wir ja machen. Das war wenigstens... Also heute war wirklich nicht so sonderlich viel, ne? Heute war nicht so... Hätte natürlich nicht so viel geschafft. Trotzdem meditieren. Da ist er. So werde ich mich dann auch für heute mal verabschieden. Noch viel Spaß und allen eine gute Nacht. Mika, ich wünsch dir auch gute Nächtle und danke nochmal für deinen Raid. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsch dir was. Ach, er zeigt schon wieder den Weg nach da an. Dann drehe ich um... Bewege dich. Andere Blick an. Okay. Bis morgen dann. Jawolski. Morgen geht es nämlich mit der Mika in House of Ashes rein. Also Kinoabend quasi. Da sind überall... Zeig mal her auf der Map. Was sind das für Dinger? Die zeigt er hier gar nicht an, ne? Versteckter Schatz habe ich doch vorhin auch schon gesehen. Gucken wir auch gleich mal. Ich hoffe, das ist jetzt hier eine kleine Nummer nur. Dass ich wirklich nur den Schädel annehme und vielleicht jemanden töte. Cool. Da muss ich vorbeischauen. Obbedingt, ne? Auch können die sich hier mal alle kurz beruhigen. Wie geil die Schritte auch immer mehr werden gerade. Aber hier waren wir ja vorhin schon einmal lang geritten, ne? Ja, 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 ja. Sonst hätte ich gesagt, finden wir vielleicht nur was Tolles. Er kann schnell reiten, oder? Ja doch, also jetzt mache ich schnell Reise. Bei Anki mache ich die Schnellreise nicht so oft, weil dann übersehe ich halt viele Sachen so unterwegs, ne? Aber ich will da jetzt auch nicht so hin reiten, ne? Da mache ich jetzt mal schnell Reise. Sonst komme ich heute zu Weichsmärm hier. Wenn unsere guten Herr verheiß ich sammeln in den Weichliegern. Ach, hast du nicht gehört, was der Jäger gesagt hat? Das ist nicht einfach Schädel annehmen und gut ist. Ne, 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 ne. Das müsste es richtig ärgern. Jetzt auf dem Friedhof auf die Lauer gelegt. Da wird es nach Anbruch der Dunkelheit aufkreuzen. Platziere den Schädel auf dem Friedhof und weiter auf das Ruftweib. Oh, ist das schon wieder so ein... Das sind gar nicht so meine Freunde, für die ich immer diese Dings brauche da, ne? Magische Fälle. Ist gar nicht so mein Ding. Pass auf, du Trampel. Das war so ein bisschen Quack. Quatsch. Schmerzige. Hase. Oh, ne. Das riecht doch schon wieder nach so einer Gestalt, ey. Spitze wird das wieder, pass auf, ey. Die hat die Schädel gestohlen. Meine Schädel. Soll sich selber welche ausgaben? Hm. Da ist sie. Geh aufs Stichwort. Ich hab sie. Ich hab sie. Ja, da ist sie. Ich hab sie. Wir sind eine Schädel. Ich hab sie. Action! 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 Nimm alle Trophäe. Sehr gerne. Warte mal. Erstmal hier. Warte mal. Was ist da hinten? Achso. Hier war auch noch was. Auch noch eine Hase. Wie sie da liegt. Die ist ready. Ja. Ich hole dir deine Belohnung vom Totengräber ab. Ich würde hier aber trotzdem mal ganz kurz gucken. Hier ist eine schöne Kiste. Mein Gott, warum das nicht nur Bahn ist. Ja, nur zu, nur zu. Ich bin wegen des Auftrags hier. Jagst du das Monster? Auch wenn ich nicht sagen kann, worum es sich handelt. Irgendwas treibt sich nachts auf dem Friedhof herum. Es fehlen schon Kinder aus dem Dorf. Ich habe keine Ahnung, was da am Werk ist. Es war ein Gruftweib, das sein Lager in der Nähe hatte. Hatte? Ist es denn schon tot? Da hast du aber schnell gearbeitet. Was ist mit meiner Belohnung? Oh, die habe ich natürlich nicht vergessen. Hier, bitte. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis dann. Sehr schön. Abgeschlossen. Ich würde mal gerne so einen Schatz holen. Zeig mal. Verlassene Städte. Ein besonders mächtiges Monster. Das gucken wir uns doch mal an. Schau mich nicht so an. Das besonders mächtige Monster. Oh, da brauche ich Plätze. Das schauen wir uns doch gerne mal an. Achso, nee, warte mal. Ich muss ja hier. Nee, nee, ich wäre jetzt der Quest gefolgt. Ha, 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 ha. Nee, nee, nee. Nicht mit dem Vati. Geil, auch dass das da unten mit angezeigt wird, ne? Die Schritte wollen bis zum grünen hin. Nicht fliegen. Hör doch auf! Hatte mich gerade gezwickt. Ja, wie ein Arc hier. Oha, mit nem Schwanz hat er das in mir. Hallo, ähm, Benji Ghost. Grüß dich, na, Benji. Moment. Nehmen wir. Ja, zeig mal, hey, den besonderen Schatz. Ah, den hatten wir glaube ich noch nicht, ne? Mhm. Oh, da können wir drei reinmachen. Denn wäre das vielleicht schon wieder interessant? Oh. Das ist... Okay. Okay. Also... Der hier wäre schon sehr interessant, ne? Wenn ihr noch drei Runensteine reinpackst? ... 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 war immer noch besser, aber du hast dann da, das wird ja nicht mit aufgewertet bei dem plus 27, du hast da halt einfach nur einen drin, da sind drei drin. Da würde ich schon sagen, dass das besser ist. Bis die Tage viel Spaß mit noch. Dankeschön mit Daya und ich wünsche dir Gute Nächte. Schlaf gut. Ich hoffe, es ist okay so, wie ich das jetzt hier überhaupt habe. Fischigerald Da reicht eigentlich so ein grauer Fleck auch, ne? Ähm Da sind wir Und so ein Ort, der macht auch mal eine vorübergehende Bonus zu erhalten. Mhm Banditenlager? Achso, ich muss ja mal äh, ich muss ja mal das zu einer Kreuzung hin Äh Gucken wir uns den Spaß mal an Ich hoffe, das ist so Gut, ich gucke mir die mal an Ja, zeige mal Ja Oh, Grün-LG Iyalla Jetzt will ich kämpfen Meine selbst, wenn es minimal schlechter sein sollte, weil ich seit Und du, das ist halt auch nicht für so wild Kommt doch sowas so weit wie ein neues dann Eins kommt, eins geht So Wo wollte ich hin? Da So Und dann Da mal hin Was machen wir noch? Dann gehen wir nochmal zum Schmied auch Ich würde das, was wir denn haben, einfach verticken, ne? Auch wenn es nachher vielleicht doof ist, aber warum soll ich das auf Hand haben, wenn ich sowieso nur das hier gerade nutze dann? Und dann können wir uns auch die Satteltasche holen noch Oh, da gibt es was zu kämpfen Tätet, wenn ihr die Götter liebt Hach, perfekt I love it Du brauchst gar nicht abhauen da hinten Ich bring dich um Hat der gerade das Pferd mit der Hat der gerade das Pferd auf den Arsch gehauen mit der Faust? Achso, jetzt mit der Faust Ist das kein Schmerz für Menschen? Ja doch immer ein Schmerz für Dings und ein Schmerz für Dings Und was gehst du? Ja Mensch, ich folge denn immer den Gelben, ey Hey, Dr. No, grüß dich, guten Abend, mein Lieber Achso, das waren die schon Okay Ja, super Das ist ja unspektakulär Na, alles klar, ja, alles bestens Bei mir ist alles bestens Ich hoffe, bei dir ist auch alles super Ja gut, dann würde ich noch eins machen, weil das jetzt so Richtig geiles Kind habe ich auch durchgezockt Ja, für mich das erste Mal auch, ne Na, Amy, Hallöchen Für mich das erste Mal so allgemein RPG Aber, ähm Ich spiel's jetzt auch schon, weiß ich nicht 30, 40 Stunden hab ich schon Ja, Umzug schickt morgen an Deshalb heute den letzten gemacht Ah Weiter Umzug oder geht so? Hast du dir ein gutes ausgesucht? Ne, das hab ich mir nicht ausgesucht Für 100.000 Kanalpunkte kann man sich ein Spiel wünschen, was ich mir kaufe und spiele Und das hat sich der Mod von mir gewünscht Aber ich find's super Ich hatte erst Angst am Anfang, aber dann Super, ich spiel's sehr, sehr gerne So momentan oder seitdem ich's angefangen habe, mindestens einmal die Woche Achso, im selben Ort, okay Ähm Wie düsen wir da hin? Ja, absolut Also ich bin glücklich drüber, dass ich es sich gewünscht wurde Ich weiß nicht, ob du Silver kennst, das ist von 1999 Also auch ein sehr, sehr altes RPG Das hat sich auch jemand gewünscht Und das hab ich ja auch schon gespielt Da bin ich aber auch nicht fertig mit Ähm, find ich auch ziemlich geil Hat auch Bock Hätte ich auch Ich hätte auch eins Was hättest du denn für eins? Ich mein, du kannst ja eigentlich sagen Da wollte ich ja bestimmt noch Und bis dahin hätte ich's vergessen So bitte, jetzt kannst du das gerne mal sagen Das ist nicht dein Tag Oh, was ist denn hier los? Hab ich mich erschrocken Wer halt, du brennst Junge Alter, finde du Wo heißen zum Beispiel Oder Bloodburn Wo heißen hab ich schon mal gehört von Ja, Rupi wollte sich irgendwas hier Was, diese Sanddinger Die da haben er spielt Da hab ich auch schon Ja, ja, warte Ruhigst du dich erstmal Genau, Dark Souls Genau, das Das wollte sich hier Hätte sich Rupi Würde sich Rupi wünschen Irgendwas Heldenring Ach, ich hör was, ey Wirklich Es wurde sich auch schon mal My Little Pony gewünscht Und das hat Wirklich Bock gemacht Hat Spaß gemacht Sag's immer wieder